also zwei schreier neben diese verdammte sicht O.O. Scheiß geil. Ja, okay. Hätte was Boxi-Zombies töten. Weiß ich doch nicht. Autsch. Oh scheiße. Nein. Ich hab sie. Ich bin doch gleich tot. Wohl auf die Scheiß Bandage. Nein. Oh neun. Neun. Die ist positiv. Oh, da ist noch einiges am Leben, was nicht leben sollte. Ohne Todes-Buff geht die Rolle. Da rennen ja schon wieder drei. Oh, schreieren tot, eine lebt aber noch. Mucki? Ja, ich hab's zu spät gesehen. Ich hab ja in meinem Rucksack eine SMG, da mag ich eigentlich nur drankommen. Wollte grad sagen, es müsste aber noch eine SMG und Munition in der Kiste sein. Naja, aber die Munition hab ich im Rucksack. Ach, hast du die ganze rausgenommen? Ne, nicht alles. Ich hatte was noch hinterlassen beim letzten Mal. So, irgendwie müssen wir die schreieren. Oh, zwei Schreier drin. Drei sind's noch. Ich hab nix zum Schießen, das ist gerade blöd. Weißt doch, die Horde vor der Horde. Ja, stimmt auch wieder. Eine ist da nur drinnen. Alter, ich hab direkt Frametropps. Das gibt's noch nicht. Ich muss noch in meinem Rucksack, ich hab keine Pfeile mehr. Ich kann da welche geben. Wie bist du? Ja, sie ist weg, sie ist weg. Bist du hier oben? Ne, ich bin unten. Ah, tot. Ich brauch noch ne Bandage. Das gibt's doch nicht. Jetzt eigentlich genützt nix. Doch, geht doch. Aua. Das war doch ne Sniperpistole. Ach, die heißt... Die heißt nicht ohne Grund Scout. Ja, das... Oh. Die nächste. Und ich bin nicht da. Ah, scheiße. Da ist noch einer, oder? Ich muss ja im Stream zweimal den selben Weg hier latschen und denken. Alter, was geht hier ab? Die andere ist auch tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Boah. Trotz'n Muni ist aber auch in der Kiste, ne? Damit sie... Da rechts kommt noch ne Mutter da hinten drin. Irgendwas rum. Was ist denn hier los? Spider. Erstmal hier. Zwei ist beider. Scheiße. Boah. 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 Danke schön. Boah. Scheiß doch die Wand an, ey. Einen Schlag und weg war ich. Mensch. Die sind auf der Treppe. Ich hab's gemerkt. Und die Muni nicht drin, verdammt. Ja, ich hab auch nichts mehr. War so blöd die Muni nicht rein. zu machen. Die sind auf der Treppe. Das war ja die nächste Schreierin. Mach mal die Forges aus, bitte. Ich kann gerade nichts. Erstmal Stamina. Forges und Campfire aus, dass wir nochmal Ruhe kriegen. Spider ist tot und du auch. Ja. Man passiert sich heute irgendwie nicht so. Ich hab meinen Rucksack wieder. Wo sind die Stamys? Kommt die nächste. Oh, scheiße. Campfire ist alle. Ah, Mist. Oh, Mann. Cops, Cops, Cops. Ich glaube, die Stamys sind tot, aber... Ich versuche, die Forges auszumachen. Mach das mal. Scheiße. Alter, Vater. Das liegt gerade ja bis eben. Bullen, ich komme nicht an meinen Rucksack. Also das ist dann mal ganz ein echtes Problem. Forges sind aus. Ich war noch mal nicht. Ich nehme noch Eisenpfeile mit und hoffe, dass ich mitkomme. Die spucken mich gleich tot, wenn es weiter so geht. Oh. Scheiße. Geh du mit dem Scharfschützengewerd auf die Semi. Ich mach die Bullen. Nein, warum muss der jetzt gerade laden? Verdammt. Ich hab's ja abgelenkt. Mach das Blöde im Winter auf die Deck. Oh Gott. Ach. Ey, warum kam ich denn da? Drei Polizisten tot. Ich krieg die Krise. Wo ist die Schreierin? Äh, ich meine mehr im Osten oder Südosten. Ich versuche nur mal reinzukommen. Oder sie ist unten drin. Vorsicht, das grünes Proxy hinter dir. Zu spät. Ich bin gerade ein Frame hochgehopst. Verdammt. Diese verkackte Magno-Mau zu lang zum laden. Das ist sehr ungünstig. Oh, ich... Ich suche jetzt die Schreierin. Ich weiß, wo sie ist. Ja, wo? Mann, ich bin der Schuss dafür. Sie hat wieder geschrien. Wo ist sie denn? Ich bin im Nachtangebäude. Genau gegenüber. Das... Was? Das mit dem Zaun? Ja, eben drin. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Sie kommt raus. Ich habe kein Scharfschützengewehr. Ja, ich nehme Jagdgewehr, gerade. Vorsicht, da sind Frames weg, Proxy, vor dir. Vorsicht, Vorsicht. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Ich leg sie hin. Ich habe sie nur weggenommen, dass hier keiner hochkommt. Wo ist mein Rucksack? Wie liegt einmal? Wenn sein ist, der runtergebackt ist. Da ist er. Der ist tot. Ich habe ihn. Oh, da hinten ist noch einer. Wo? Innerhalb des Zauns vom Nachbargebäude. Linke Seite vom Nachbargebäude, wenn du darauf zuhörst. Linke Seite? Scheiße. Aber ich glaube, ich kriege die mit dem Jagdgewehr. So, dass er nicht schreit. Problem ist, mein Rucksack wird nicht mehr angezeigt. Ach, da laufen zwei Ferraris. Da kommt noch der Grüne. Das ist echt unnützig. So. Ich mache eigentlich nicht mehr den Rucksack wieder. Ich setze mal schnell wie das Bikes. Ja. Okay, kommen neue Grüne aus Norden. Scheiße. So, ist alles an dir dran. Warte, Muggi. Willst du hoch? Ja, da kommen noch mehr. Also Bräubolf bringst du mit. Da hinten kommt ein Kopf aus Südosten. Vorsicht. Ich habe gerade keine Frames. Hier, komm hoch. Ja, lass mich mal runter, bitte. Loot die hier noch. Würde gerne kämpfen. Ich setze mal wieder Spikes. Da ist noch ein Grüne, ein Spikes. Ich glaube, der ist tot. Der ist tot. Wow. Alter Schwede. Jetzt ist alles vorbei, wo ich da bin. Ne, da. Ne, ich habe zwei Grüne am Arsch. Bräubolf hat noch Spaß. Ich mache die Frames hier weg. Keine Munition. Bräubolf bring her hier. Aha, ich habe keine Hausdauer. Wo bist du denn? Wo ist da hinten? Kannst du entgegen hier laufen kommen noch? Lauf einfach die Straße. Genau, lauf die Straße runter. In unsere Richtung. Ich sehe sie. Einen Grün habe ich angehittet. Den Boxi, ich komme hoch. Aber ich sprint schon. Ich habe keine Stamina mehr. Okay. Box ist für ein Witz. Ich bin oben. Soll ich die Frames weg machen? Äh, Brause ist noch draußen. Bräubolf. Ja, 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 alles gut. Alles gut. Alles gut. Alter, robbevoll. Alter, ich bin down. Alter, mit einem Schlag 97. Wow. Der Bauch. Das läuft ja richtig gut. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Wo war ich denn? Ich habe es ja nicht. Oh, das ist lächerlich. Wollen wir jetzt hier mal eines einziehen, die Brücken? Nein. Nein. Ich brauche gerade aus dem Rucksack. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade gestorben und du wirst Brücken einziehen. Über sieben drücken musst du gehen. Gut, dann nehme ich auch mit der Mutti. Ich habe nicht. Oh, drei Schuss. Arzt ja. Äh. Ähm. Die. Warten wir einfach noch. Siebenmal wirst du ein Killer sein. Was für ein Ding. Ja. Shit. Und auf einmal bist du ganz allein. So, also ich habe noch Concrete und Forged Iron mit. Ja. Wenn wir da noch was machen wollen eben schnell. Ja, müssen wir ja. So, wer braucht das Concrete, wer braucht das Forged Iron? Ich brauche Forged Iron. Ich versuche es jedenfalls mal darum rumzukommen irgendwie. Ja, dann hier, Proxy. Dankeschön. Und das Concrete auch oder wer macht das? Ja, gut. Ich habe auch noch Forged Iron. Theoretisch. Theoretisch wertest du alles auf. Theoretisch komme ich nicht dazu. Das wette ich jetzt schon. Meinst du? Ja, wenn dann wieder zwei Spucker kommen, dann wird das wieder eng. Nein, du schaffst das. Ja, klar. Ich bin doch jetzt auch erst viermal gestorben am Stück. Wir haben noch eine Schatzkarte. Ah. Ja, das ist jetzt erstmal vorbei. Und ich entschuldige mich schon mal dafür, wenn man mein Essensgeräusche hört, aber ich habe ihn heute noch nicht gegessen. Nom 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 nom. Oh. Hast du auch verarbeitet? Mach dann vielleicht besser erstmal hier vorne die Spikes ganz, ne? Nein. Kein Debuff. Ich glaube... Das ist ein Doppelhase. Wir sehen jetzt ganz gut aus mit den Debuffs. Hase des Todes. Der Hase hat den Spike gekillt. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich hatte mich für den Stream genutet, weil ich vorhin einmal abgepissen hatte und da habe ich gedacht, das ist zu... Oh, das ist ein Hase. Soll ich ihn anschießen? Nee. Ich hatte gerade gesagt, jetzt werde ich nebenbei ein bisschen essen, weil ich heute noch nichts hatte, seit ich von der Arbeit kam. Und nein, Bräuber, ich habe auf der Arbeit nichts den Arsch. Weil, was soll es da zu Naschen geben? War ja Tagesschicht. Mach, mach. Man werte die hinteren Spikes auf. Was? Oder? Werte die hinteren Spikes auf, oder nicht? Ich dachte, ich mache einmal drumherum, oder nicht? Drumherum? Magadus? 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 Doch. Wahnsinnig, was besser ist. Ich habe keine Ahnung, ob denn ich anders dann... Mag er mit dir nicht mehr zusammenarbeiten? Ich meine, ich könnte es verstehen. Hallo? Frechheit. Oh, scheiße, noch eine Schreierin. Wo ist denn die jetzt? Nein, nicht schon wieder. Äh, im Haus. Nicht schon wieder. Im Nachbarhaus. Welch im Nachbarhaus? Äh, das wo Südosten... Osten. Die ist down. Das ist gut, sind auch nur ein paar Grüne gekommen. Oh, komm. Wohin, down. Komm. Jetzt, Aldo, deine Chance. Ja, Baby. Und noch einen. Und nochmal. Genau. Oh, drop den guten Shit. Jetzt einmal Bier. Ist der Hase irgendwie. Ja, geil. Erster Faxe, dann den Rigog. Okay. Wobei, das war ja noch in der 17.0, wo wir den Rigog gesoffen haben. Ja, 17.0 oder 17.1, sowieso. Irgendwie so, war ziemlich früh. So. Na, die schon mal. Äh, Proxy, ich geb dir die restlichen Eisendinger noch. So, ähm, ich packe jetzt noch Magno-Money, 9mm, eine 6er-Schrotze mit 256 Schuss in die Kiste. Würde jetzt aber, äh, äh, den ganzen 1er, 2er-Gedöns erstmal hier drinne scrappen, um vielleicht noch ein bisschen Money zu bekommen. Ja. Habe ich nebenbei auch schon. Ähm. Zwischen aus. Ach so, geht ja nicht. Hehe. So. Ähm, guckt mal ruhig rein, ob ihr schon was rausnehmen wollt. Ist aber kein Zielwasser. Äh, ich finde halt, ne, ich war bei meiner Frau, das war als die AFK war, da hab ich mich bei meiner Frau. Ich würde jetzt dazu tendieren, dass ich denn hier rüber die, die Eisenspikes mache, ne? Hier mache ich die Grenze. Sonst wird das zu lang. So. Hast du die Schrotze rausgenommen? Ich hab mir ein bisschen. Alles gut. Und zwei, äh, Zweier-Schrotzen habe ich auch rausgenommen, um die nebenbei zu scrim. Ja. Äh, da ist der Nächste, der da ran will. Wo war eigentlich der Beton, äh? Äh, in der einen Kiste, war der hier vorne? Ja, ich hab hier auf der oberen 801 Concrete jetzt. Äh, rausse? Ja. Schau mal her. Das ist ein Faxe von mir. Oh, geil, ein Bier. Wir hätten noch zwei Schatzkarten. Hahaha. Okay, dann hol sie. Puh, hei, 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 hei. Das wäre noch was für die, für die, für die Sonntagsrunde. Grandpas, lern Elixier. Oh, lecker. Lern zweimal schneller. Das war doch irgendwas mit Öl drin oder so, ne? Nee, das war Bier, Bottle of Acid. Ah, okay, fast genauso gut. Acid. War lecker. So, jetzt haben wir den Faxe einfach mal leid. Es kann sich ja mal das Sprungbrett auf der anderen Seite angucken, dass er ein Gefühl kriegt. Aber ich soll wahrscheinlich in Volltempo durchlaufen. Es sind immer noch Magnum-Schuss, 123 Pistolen-Schüsse und 199 Schrotzen-Schüsse. Magnum hätte ich dann auch gerne. Ne, ich glaube, volles Tempo-Beu, ne? Wo, wo? Da, hinten? Ja. Weil, ich hab ja... Dings auch geparkt. Dieses Spring ins Feld. Wollt ihr heute noch die neue Version... Hä, gibt es eine neue Version von Darkness Falls? Keine Forged Iron mehr. Der mit Beton wird jetzt aber echt knapp. So. So, welche Kiste war der? Okay, hab ihn. So, dann machen wir mal ne Vorbereitung. Das kommt da rein, das kommt da rein. Die können da hin. Alle, sind alle im Haus? Ja, ich mach da mal dicht. Die können da hin. Die kommen da. Die müssen leider da bleiben. Okay. Kriegen wir ihn. Was bringt mehr? Diese freckene Grenades oder die normalen Raketen? Gute Frage. Oh Gott, er schießt doch nicht wirklich mit... Nein. Nicht mit dem Raketenwerfer, oder? Ach. Also, die HE macht mehr Blockdamage. Und die Frag, die machen mehr Explosions-Damage. Probier ich gleich mal die Frechleinung an. Ich glaube, die haben da irgendwas in Wasser geworfen und aufgenommen. Das könnte sein. So. Wird alles schief gehen. Hals und Beinbruch. Ja. So, und jetzt könnt ihr in den Chats wetten, ob hält die B stand oder hält sie nicht stand? Hält stand. Mindestens zwei Pfeiler bleiben stehen. Ja. Jetzt wird es aber ungemütlich dunkel hier. Ich glaube, das ist keine Wette wert, die wir in meinem Fallen. Ach nee, ich bin ja ganz zuversichtlich. Wer steht denn da oben? Ich guck nur, aus welcher Richtung sie kommen. Ach so. Okay. Stell mich zu wälzen. Mucki opfert sich für den ersten Geier. Möge die Macht des Knüppels mit euch sein. Ja, Köchilein. Ausrufezeichen Knüppel, ne? Jetzt hast du die Chance. Eijosker wettet für Held nicht. Ja. Kenn ich. Es sind immer noch 123 Pistolenschüsse und 150 Schrotzenschüsse. Ja, ich bin doch nicht oben. Also ich habe 130 Schuss. Was? 9 Millimeter und 80 Shotgun. Okay. Nur seid nicht zu zackhaft damit. Packt es euch in Wirtel, falls ihr zur Not sterbt. 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 Äh, sterbt. Mucki, wenn ich jetzt den untersten Frame wegnehme, was passiert dann? Ah. Dann falle ich. Etwas. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Ist egal. Ich habe Montag Gnarmord geschmiert. Ich habe alles gesehen. Vor allem wird es interessant, wenn ich jetzt hier hochkomme, wenn du Scheiße. Nein. Ja, tu ich. Ich habe einen Scope drauf. Wie tief guckst du in meinen Dach? Oh Gott. Aber theoretisch könnten es die Funpams locker hinkriegen, auch so einen Müllwerfer zu machen, dass du da die Dosen reinpacken kannst in so eine Raketenwerfer. Das wäre geil. Mhm. Ja. Go, brauche ich. Und vor allem, ich habe gerade gesehen, der Karacho startet Seven Next to Die. Kommt der jetzt extra für die Horde? Nur für die Horde. Das wäre natürlich für die Horde. Karacho, Karacho, Rö. Meinst du, der weiß noch, wo er sich ausgelockt hat? Wahrscheinlich nicht im Haus. Wahrscheinlich mitten in den Spikes. Das könnte natürlich passieren. Hier. 4er Peste, 6er Schrötze, 3er Raketenwerfer. Ich glaube, das sollte was werden. Und ein blauer, blauer, langer, brennender Knüppel. Mit, ach ne, Stacheln hat ja Proxy. Ne, ich habe, ich habe nur, ich habe ihn stachelig, aber nicht so. Stachelig. Oder Cap muss Zerbe wiederknechten. Das kann sein, ja.